eine kleine steinemalerei falls du mal ein kleines mitbringsel suchst oder ein liebevolles und einzigartiges geschenk dann bemale doch einfach einen kieselstein und hier habe ich ein besonders kleines exemplar und hier verwende ich auch nur drei farben weiß schwarz und einer meiner lieblingsfarben indigo blau und hier siehst du schon wie ich den himmel und das meer gezaubert habe jetzt nämlich schwarz dazu und male die hügel die in der ferne sind und jetzt gleich mal ich die welle und da nehme ich blau und weiß immer abwechselnd versuche es und mache es nach dem wenig farbe ein tipp von mir ich wünsche dir gutes gelingen bei allem was du tust alles liebe deine anke so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020